Helene Fischer, so teuer waren ihre Outfits beim Megakonzert Vor 130.000 Fans spielte Helene Fischer vergangenem Samstag ein Megakonzert. Allen Wetterbedingungen zum Trotz fand die Show am Münchner Messegelände wie geplant statt. Obwohl es in Strömen regnete und das Publikum auf Regenschirme verzichten musste, riss die gute Stimmung nicht ab. Neben spektakulären Show-Einlagen in wahrer Helene Fischer-Manier mit viel Akrobatik und Tanz war auch die Garderobe der Schlager-Queen ein echter Hingucker. TZ hat rausgefunden, wie tief die 38-Jährige für die beeindruckenden Outfits in die Tasche griff. In vier verschiedenen Looks führte Helene Fischer durch ihr Bühnen-Comeback. Nicht nur ihren extravaganten Geschmack stellte die Sängerin dabei unter Beweis, sondern auch ein Fibel für Luxus. Die Auswahl hätte dabei nicht unterschiedlicher ausfallen können. Helene Fischer sinkt in teuren Designer-Artikeln. 339 Euro ließ sich die Schlagerikone einen hochgeschnittenen schwarzen Versace-Body mit goldenen Schnallen kosten. Die ebenfalls schwarze legere Cargo-Hose von Prada sogar ganze 1.750 Euro. Damit liegt das Outfit allein schon bei stattlichen 2.089 Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017